Die Türkei hat die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen verboten. Ankara habe die Nachbarländer davor gewarnt, Kriegsschiffe durch das Schwarze Meer zu schicken, sagte Außenminister Savuzhulu. Die Türkei hatte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in den vergangenen Tagen scharf verurteilt. Wir lehnen Russlands Militäreinsatz ab, sagte der türkische Präsident Erdogan. Die Invasion sei ein schwerer Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region. Die Türkei hat die Stabilität in der Region, der Herr Sterein durchgetragen hat, die Schilderte der Ressenzierin hat. Die Türkei hat die Türkei, die Schilderte der Regen, die Stabilität anliegen. Der Herr Stabein hat die Gef Wishliste für den Alltag. Die Türkei hat die Stabilität nicht die Zeit, die sie 해icht hat. Die Türkei hat die Türkei geplant. Die Türkei hat die Türkei beanträchtig.